Diablo 4 schlug zum Release ein wie eine Bombe und verlor danach ziemlich schnell die Puste und somit auch einen Großteil seiner Spieler wieder. Und das auch zum Teil zu Recht, denn Diablo 4 wirkte irgendwie besonders im Endgame sperrig und selbst für einen Diablo sehr repetitiv. Nun hat Blizzard mit Season 4 das ganze Spiel noch einmal so ein bisschen umgekrempelt. Und auch ich bin mal wieder zurückgekehrt, um mir das Ganze anzuschauen. Und was soll ich sagen? Ich bin recht begeistert. Warum das so ist, erzähle ich euch in diesem Video. Als Diablo 4 vor etwas über einem Jahr erschien, war ich erst einmal vollends begeistert. Die Hauptstory und somit auch die Kampagne war spannend inszeniert und spielte sich abwechslungsreich. Auch die Nebenquests wussten zu überzeugen, weil die meisten von ihnen teils spannende kleine Nebengeschichten erzählten und Nebenquests auch nicht nur ausschließlich aus sogenannten Fetch-Quests bestanden. Optisch präsentierte sich der vierte Teil wieder wesentlich düsterer als noch der dritte, was auch zu gefallen wusste. Und generell ist Diablo 4 auch bis heute noch grafisch gesehen ein richtiger Hingucker. Besonders die Atmosphäre zog die meisten Spieler in ihren Bann. Denn nicht nur optisch war das Ganze düsterer als der dritte Teil, auch auf der Erzählebene schlug der vierte Teil wesentlich finsterer ein als der dritte. Dass das Ganze nun mehr in Richtung MMO ging, störte mich eigentlich auch nicht. Ich spiele MMOs gerne und von daher kam mir dieser Schritt eigentlich auch ganz gelegen. Und wertete für mich teilweise sogar das Spiel noch auf, wenn ich in der offenen Welt auf andere Spieler traf, die mir bei Events geholfen haben. Oder eben auch das schnelle Random-Zusammenspiel bei großen Weltbossen. Selbst die grundlegende Season-Mechanik, als denn die erste Season startete, gefiel mir eigentlich ganz gut. Und das, obwohl ich in Diablo 3 zum Beispiel so gut wie nie Season-Charaktere gespielt habe. Durch die kleine Story, die man um die Season gesponnen hatte und die verschiedenen kleinen Aufgaben, die man so on the fly erledigen konnte, brachte mich die Season sogar eher dazu, noch Dinge im Spiel auszuprobieren, die ich sonst nicht so oft getan habe. Also eigentlich alles ganz schick, oder? Nee, für mich denn eben doch nicht. Weil spätestens nach Abschluss der Hauptstory fing das Spiel an, ziemlich zäh zu werden. Und gerade für ein Diablo ist das in meinen Augen fast schon ein Todesstoß. Denn das eigentliche Spiel fängt ja in der Regel erst im Endgame an, wenn man eben die Hauptstory durchgespielt hat. Aber so spannend und abwechslungsreich die Hauptstory war, so mühselig und langatmig war in meinen Augen dann das Endgame, beziehungsweise alleine schon der Grind, um ins richtige Endgame zu kommen. Die Levelphase ab Level 50 zog sich ins Unendliche. Und genau so sah das Ganze auch mit dem Battle Pass aus. Als sich dann zu Beginn von Season 2 immer noch nicht besonders viel getan hat, sprich, das Leveln war immer noch mühselig lang, man hatte wenig unterschiedliche Sachen zu tun, mir persönlich fehlte sowas wie das Nephalim-Portal aus dem dritten Teil, wo man eben immer wieder in random Levels geworfen wurde und einfach ein bisschen metzeln konnte und danach auch mit spürbaren Verbesserungen aus so einem Run rausgegangen ist. Ja, nachdem das alles irgendwie fehlte und man sich mehr oder weniger nur durchgearbeitet hat, verließ mich das Interesse. Nun ist Season 4 seit einiger Zeit live und versprach große Änderungen, unter anderem das Loot 2.0-System. Und was soll ich sagen, ich hab mal wieder reingeschaut und bin total angefickst. Denn alle Neuerungen, die Season 4 gebracht hat, vielleicht sogar so ein bisschen im Hinblick schon auf das bevorstehende DLC-Add-on Fassel of the Hatred, weiß durchgehend zu gefallen. Die größte Änderung ist das eben schon angesprochene Loot 2.0-System, das darauf abzielt, die Qualität der gefundenen Gegenstände deutlich zu verbessern, womit man nicht mehr so schnell vollgemüllt wird mit irgendwelchen random Sachen, sondern in der Regel sogar bei kleinen kurzen Runs gute Sachen finden kann. Gefühlt ist es fast sogar schon too much, wie sehr man mit legendärem und teils sogar einzigartigem Loot zugeballert wird. Aber genau dadurch fühlt sich das Ganze auch jetzt endlich mal belohnend an. Und wie gesagt, durch das Loot 2.0-System werden nicht nur qualitativ bessere Sachen öfter gedroppt, sondern auch die Affixe wurden überarbeitet, also die Boni, die auf den Items liegen. Dadurch kann man wesentlich besser selektieren als noch vorher. Wo früher gerne mal bis zu vier Affixe auf gelben Items lagen, sind es jetzt nur noch zwei. Legendäre Items besitzen nun drei Affixe anstatt der vorher vier. Dadurch wird das Aussortieren auch nicht mehr zur Fleißarbeit, sondern man sieht direkt auf dem ersten Blick, ob man tatsächlich durch das neue Item eine Verbesserung erfährt oder eben nicht. Und es fühlt sich auch einfach gut an, wenn man zum Beispiel am Ende eines Dungeons einen Boss legt und da halt nicht nur Mengen an Müll draus droppt, sondern tatsächlich auf dem ersten Blick schon mal viele geile Sachen, die man sich dann, wenn man sie genauer anschaut, sogar noch mehr feiern kann, weil in der Regel immer irgendwas dabei ist, was den Charakter wirklich nochmal ein bisschen zumindest verbessert. Einhergehend mit dem neuen Loot-System wurde auch das Crafting überarbeitet. Das war vorher teils ja auch ein bisschen undurchsichtig und geht nun wesentlich besser von der Hand. Zum einen hätten wir da das Härten der Items. Hiermit können wir neue Affixe auf unsere Items prägen. Das funktioniert nun etwas anders als vorher, denn diese Affixe bekommen wir aus speziellen Härtungsrezepten, die wir im Laufe des Spiels als Loot finden können. Jedes dieser Rezepte enthält dann eine Auswahl von zwei bis sieben möglichen Affixen, von denen man beim Härten dann eines zufällig ausgewählt bekommt. Wir können zwar in eine gewisse Richtung gehen, wenn wir zum Beispiel einen Schwert halt härten wollen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, Offensiv, Vielseitigkeit, dort können wir reinschauen und können dann eben auch gucken, welche möglichen Affixe wir bekommen können. Welchen wir dann am Ende bekommen, ist tatsächlich dem Zufall überlassen. Trotzdem ist diese Mechanik sehr spannend und wirkt etwas entschlackter als das alte Crafting-System. Dazu muss man sagen, dass wenn wir einmal ein Rezept gefunden haben, uns diese Rezepte dann auch unbegrenzt zur Verfügung stehen und im Kodex der Macht gespeichert werden, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen. Sind wir dann im Endgame angekommen, gibt es noch das Vollenden. Dies ist sozusagen der Endgame-Crafting-Prozess, bei dem alle Affixe eines Gegenstandes verbessert werden. Das gilt allerdings nur für legendäre Ahnen-Items mit zwei gehärteten Affixen oder Uniques. Um das Vollenden freizuschalten, müssen wir die Pit, die Grube durchlaufen und erste Materialien finden. Die Grube wiederum, auch ein neues Endgame-Feature sozusagen in Diablo 4, wird freigeschaltet, nachdem wir einen Albtraum-Dungeon der Stufe 46 abgeschlossen haben. Also wie gesagt, das Ganze ist dann eben sozusagen der große Teil des Endgames. Und die Grube kann man dabei fast so ein bisschen mit den Nephilim-Portalen aus dem dritten Teil vergleichen. Die Grube ist nämlich ein zeitlich begrenzter Dungeon, in dem wir innerhalb von 10 Minuten eine Fortschritt-Leiste durch das Töten von Feinden füllen müssen, um dann ein Portal zu einem zufälligen Dungeon-Boss zu öffnen. Wenn wir diese Bosse dann wiederum besiegen, bekommen wir die Materialien, die wir für das Vollenden benötigen. Zugang zur Grube erhalten wir, wenn wir in Weltstufe 4 spielen. Sobald wir diese Schwierigkeitsstufe erreicht haben, können wir über eine kurze kleine Quest sozusagen uns die Grube freischalten. Vorhin erwähnt habe ich schon mal den neuen Kodex der Macht und auch der wurde mit Season 4 nochmal grundlegend überarbeitet und auch hier ist das Ganze wieder ziemlich sinnvoll erneuert worden. Denn alle legendären Aspekte, die wir auf unsere Waffen prägen können, werden nun im Kodex der Macht zu finden sein. Vorher war es ja so, dass wir eine eigene Itemtasche sozusagen für diese Teile hatten, die dann auch von der Größe her begrenzt war. Das ist nun nicht mehr so, sobald wir eine Waffe auseinandernehmen, sobald wir so einen Aspekt eben finden, wird er automatisch im Kodex der Macht freigeschaltet werden und kann dann eben auch noch über Basiswerte hinaus aufgewertet werden. Somit entfällt jetzt das lästige Farmen und Sammeln von Aspekten komplett, denn sobald wir irgendwas beim Schmied zerlegen, bekommen wir Sachen, die wir noch nicht haben, in unserem Kodex freigeschaltet und können dann daraus auf diese Aspekte zugreifen. Das bedeutet auch, wenn wir einen Aspekt im Kodex haben und zum Beispiel ein legendäres Item mit einer höheren Role finden, wird dieser Aspekt dann im Kodex soweit aufgewertet. Definitiv auch wieder eine sinnvolle Änderung, was das ganze Spielsystem entschlackt. Zu guter Letzt wurde auch nochmal die Höllenflut überarbeitet und das war tatsächlich eine Sache, die mir auf dem Weg ins Endgame am meisten Spaß gemacht hat. Auch weil sie diesmal so einen direkten Bezug zur Season-Reise von Season 4 hat. Nach Release waren die Höllenfluten eigentlich das, was ich am meisten vernachlässigt habe. Es war irgendwie wenig belohnend und ja, auch dezent langweilig. Nun ist das Ganze überarbeitet worden. Während einer Höllenflut ist die Schwierigkeit der Monster natürlich erheblich erhöht. Das kennen wir. Wir bekommen für getötete Monster Glut, mit der wir wiederum die Höllenflutruhen öffnen können. Darin bekommen wir dann einen ganzen Haufen Items und eben auch Wolfsehre, die wir wiederum benutzen können, um bei den Eisenwölfen Ruf zu farmen. Die Eisenwölfe sind eine neue Fraktion, die jetzt mit Season 4 ins Spiel gekommen sind, die sozusagen die Kernfunktion von Season 4 sind und das Ganze ist irgendwie ganz spannend gemacht. Natürlich hat man darum wieder so eine kleine Mini-Kampagne gestrickt und zu guter Letzt können wir dann mit dem Ruf bei den Eisenwölfen eben auch nochmal in so einer Art separatem Mini-Battle-Pass, würde ich fast sagen, In-Game-Items freischalten. Und dieses System macht auf jeden Fall Spaß. Dadurch sind dann die Höllenfluten auch gleich doppelt belohnt, weil wir eben zum einen in den Höllenfluten wahnsinnig schnell aufleveln können, weil da wirklich die Hölle im wahrsten Sinne des Wortes los ist. Wir bekommen in den Höllenfluten guten Loot über die Kisten, wie gesagt während der Levelphase das Ganze und können nebenbei eben auch noch unseren Ruf bei den Eisenwölfen pushen, um uns dort dann eben aus diesem, ja, bei dem Eisenwolf-Händler eben noch diese netten Sachen holen zu können. Während wir in der Höllenflut dann Monster besiegen, füllt sich nebenbei noch eine Bedrohungsleiste mit zunehmender Bedrohung, werden dann periodisch weitere Monster horden und schließlich zu guter Letzt, wenn sich die Leiste denn wieder geleert hat, nachdem sie maximal gefüllt war, ein besonders starker Boss uns entgegengestellt. Natürlich gibt es in der Höllenflut auch immer noch einen großen Boss, den wir freischalten können und noch ganz viele andere Mechaniken mit diesem Gedankenkäfig, durch den wir nochmal die Schwierigkeit erhöhen können. Und ich muss sagen, dieses Rumgrinden in den Höllenfluten, gerade auch deshalb, weil die Höllenflut ja immer wieder stündlich in einem anderen Gebiet stattfindet, macht einfach total Spaß und gefällt mir richtig gut und hat mir diese Levelphase, um auf Level 50 und darüber hinaus zu kommen, wirklich sehr vereinfacht und sehr kurzweilig gestaltet. Auch hier wieder so der leichte, der ganz leichte Vergleich mit den Nephilim-Portalen aus dem dritten Teil. Die Höllenfluten sind wirklich was, wo man mal eben für eine Viertelstunde reingehen kann, nonstop Action mit Schnetzeln haben kann, trotz alledem mit einer gut gefüllten EP-Leiste am Ende rausgeht und meistens sogar noch mit ein paar guten Items. Daher diese überarbeitete Höllenflut wirklich für mich das Ding, was mich am Anfang wieder dazu verleitet hat, länger zu spielen und Spaß mit Diablo 4 zu haben. Und das war ja noch längst nicht alles. Man könnte jetzt noch von Uber-Unix erzählen, von den Megabossen und so weiter und so fort. An allen Ecken und Enden hat Blizzard hier eigentlich die Schrauben so gedreht, dass es sich meiner Meinung nach definitiv lohnt, noch mal wieder reinzuschauen. Gerade wenn man eben wie ich vielleicht so nach Ende der ersten Season dann doch gelangweilt und enttäuscht war, lohnt es sich definitiv jetzt noch mal wieder reinzugucken. Macht Season 4 Diablo 4 zum besten Diablo aller Zeiten? Auf gar keinen Fall. Dafür ist noch viel zu viel Luft nach oben. Aber es macht Diablo 4 definitiv zu einem wesentlich besseren, belohnenderen und spaßigeren Spiel, als es das eben noch bei Release war. Von daher meine Empfehlung, wenn ihr jetzt wirklich lange Diablo 4 in der Ecke habt liegen lassen oder es vielleicht noch gar nicht gespielt habt. Ich meine, mittlerweile ist das Ding im Battle Pass zu haben. Von daher, das reingucken dürfte da niemandem allzu sehr wehtun. Also, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt oder eben wirklich überlegt, ob ihr mal wieder reingucken möchtet, dann tut das auf jeden Fall. Denn es hat sich einiges verändert. Und meiner Meinung nach hat sich wirklich sehr viel zum Guten verändert. Und wenn Sie diesen Kurs beibehalten und eben mit Vessel of the Hatred vielleicht sogar noch ein paar neue Mechaniken mit ins Spiel reinbringen, dann dürfte auch dem Langzeitspaß nichts mehr im Wege stehen. Was ist eure Meinung zu Diablo 4 nach dem Season 4 Update, wenn man es so nennen will? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich, wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft vielleicht noch mit ein bisschen mehr von Diablo 4 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Rheingang 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 Rheingang